Liebe Zuschauer, liebe Freunde des Esel, der auf Rosen geht, das ist Halina Tchikowski. Diese Dame ist vor zwei Jahren ausgezeichnet worden mit dem Esel, der auf Rosen geht, dafür, dass sie in Merseburg die DEFA-Filmfestspiele ins Leben gerufen und erhalten hat. Die Zwölften laufen jetzt und sie ist für die Neudeutsch-Revitalisierung des dortigen Kinos auch mit ihrem Herzblut, würde ich sagen, zuständig und zeichnet sich dafür ausgezeichneterweise verantwortlich. Und wenn auch Sie jemanden kennen, dem Sie auch ähnliches Gutes mit dem Esel tun wollen, dann zücken Sie Ihr Smartphone, machen Sie ein Video, stellen Sie uns denjenigen vor und schicken Sie uns das. Und dann werden wir mal sehen, ob es klappt. Der Esel, der auf Rosen geht. Der Bürgerpreis für Menschen in Halle und dem Saale-Kreis. Egal ob Privatperson oder Verein, auch im Jahr 2017 suchen wir Kandidaten, die sich ehrenamtlich engagieren, die sich freiwillig und mit großem Herzblut für andere einsetzen. Jetzt Vorschläge einreichen, per Handyvideo oder per Mail an saalekurier.dumont.de Und ich als Mitglied der Jury, als Initiator der Preisverleihung des Bürgerpreises der Esel, der auf Rosen geht, freue mich auf Ihre Einsendung und Ihre Vorschläge. Vielen Dank. Vielen Dank.